Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Timesia und heute gehen wir weiter in den königlichen Garten. Bäume mehr hatte ich... Ach, gibt es schon wieder eine neue Nebenquest? Bäume mehr in Narrengott? Verstehe ich nicht, aber wir gehen heute auf jeden Fall in den königlichen Garten. Die Eisinsel hätte ich geschafft, ne, ich will das ja, es geht ja nicht drunter, ich schaffe es, es geht ja um die Community, dann scheiß drauf. So, hier hatte ich mir letztes Mal schon mal ein bisschen was angeguckt. Ich habe tausend... So, erstmal wieder gucken, ob ich überhaupt noch drin bin. Ähm... Ah ja, genau, genau, genau. Genau, genau. Ah, ich bin tot! Ups. Da habe ich wohl nicht aufgewacht. Jo, Leo, bis später. Okay, ich bin wieder drin. Die haben ein Schild, das ist relativ unfair, oder nicht? Und da oben ist auch einer mit Pfeil und Bogen, das fuckt auch überhaupt. Ey, den machen wir jetzt erst weg. Weg damit. So. Mann, das war ja... Das war ja nerfig. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wo wir das letzte Mal waren, aber ich weiß, dass es hier nicht so viele verschiedene Wege gab. Genau, ich hatte hier irgendwo, glaube ich, eine Leiter hochgemacht. Ich glaube, hier unten hatte ich eine Leiter irgendwo gemacht. Okay, hier kann man wahrscheinlich später wieder eine Abkürzung machen. Moin, Amarelli. Hallo. Wie geht's dir, Amarelli? Was? Wie geht's dir? Wie geht's dir, Amarelli? Wie geht's dir? ğ mir geht es auch gut mir jetzt auch gut so weit ich war eben schon auf dem raft am rallye aber hat leo gesagt er kann es ab 2 du warst nicht da deswegen habe ich jetzt habe ich das nach hinten verschoben so ein knickiger gegner kein ding okay gut wird dann jetzt eine folge demesia auf dem stündchen und dann könnten wir rein in ra falls so zeit und bockers so 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 alles klar da war ich heute nachmittag banjo dann da kommt man scheiß heute auf raf dann machen wir später banjo sobald wie ich da bin sobald wie er da ist Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ah guck mal das war nur ein Umweg Okay Gut zu wissen Ich finde hier kann man sich viel besser merken Wo man schon war und wo man noch hin muss und so Als in dem Level davor Level davor Nix gut Was das Level Design anging Das war ganz ganz böse Hier Abkürzung ne? Ja Ja so kommt man schon viel besser klar Von hier Genau da ist der Gang Perfekt Hier kann man den Gang gehen Hier lang und direkt hier links Leute durch Perfekt Dann kann man hier wahrscheinlich Abkürzung und einfach runter sprengen Und hier wäre Abkürzung oder woanders denn ne? Ah ne guck mal hier ist auch Abkürzung Also Alles klar Amorelli, dann was für einen Kuchen machst du denn? Kannst gleich erzählen, aber das würde mich interessieren. Gab es hier nur den Gegner? Ah, hier ist noch einer. Ach guck mal, hier war ich eben. Hier bin ich auch runtergesprungen. Okay. 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 So ein Stuhl würde ich ja mal fühlen. Ein Stuhl vielleicht mal so langsam. Schon ganz schön weit gelatscht. Ein Stuhlchen. Hmm. Okay. 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 Dein Stuhl. Also rauszuk. Okay. Okay. Gut hier. shocksig. ein stühlchen würde ich fühlen ein stühlchen hä ich gehe noch mal ein stück zurück da muss er irgendwo dank für den lörg brownies geil also so langsam muss man hier mal einen stuhl kommen ist er so weit laufen muss jetzt sind wir wieder am anfang ok wohl mehr abkürzungen als stühle so Hier muss doch mal langsam im Stuhl kommen, ich bitte euch. Ach ne, nicht nochmal so einer. Ach ne, nicht mehr. Ah, da ist ein Stuhl, da ist ein Stuhl, ja. Ja, endlich, schön dich zu sehen. Leveln. Und ich glaube, ich gehe mal ein bisschen auf Leben, oder? Äh, wo ist meine Vitalität? Nicht blöd. Ah da, Gesundheit. Es gibt nur 14, ob sich das lohnt? Das gibt halt hier richtigen Booster, Energie auch. Genau, auf Klaue. Talent, ja. Strategie bin ich letztes Mal durch, ne? Hm. Oh, die ja, ja. Was ist das? Oh, und das. Tränke schon wieder? Was haben wir denn? Boah, wieder zwei. Zutatenplätze. Regeneration mache ich mal. Und weiter geht's. Hier ist bestimmt später noch eine Abkürzung. Hier erstmal links. Hier ist es. Oh, da ist wieder so einer. BAM! Oh, ein Boss. Oh, da ist wieder so einer. BAM! Easy. Das meine ich zum Beispiel an diesem Level Design hier. Du hast hier halt einfach eine Sackgasse. Das heißt, hier links, solange muss ich nicht mehr. Jetzt geht es nur noch rechts rum. Das heißt, die Abschnitte sind auch mal ein bisschen abgeschlossen und nicht alles miteinander verbunden, sodass du die ganze Zeit im Kreis läufst. Hier hast du wirklich auch das Gefühl, dass du auch mal vorankommst. Und eben nicht die ganze Zeit wie ein Dulli im Kreis läufst. So schneide ich ihn nicht. Okay. 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 Mh man halt kinder. Okay. Oh Mann ey. Was ist das hier? Noch mal eine Abkürzung? Oh ha! Kommt er safe in post jetzt. Was ist das hier? Was ist das hier? Ah, ein Stühlchen. Habe ich schon genug für ein Level? Yes! Boah! Das Schild interessiert mich am wenigsten. Den würde ich gerne Leveln. Aber kann ich mittlerweile schon zwei benutzen? Nee, nur eine. Kann ich schon wieder aufwerten? Schon wieder drei. Okay. Okay. Abfahrt. Oh! Ah! Eine Fledermaus. Eine große Fledermaus. Abfahrt. Ah. Abfahrt. Abfahrt! Ist das zu laut? Ah, der macht ja mal 2, aber wieder 2, der heilt sich. Ah, der ist das zu laut. Das war's. Das war's. Das war's. Das war meine letzte Heilung. Das war's. 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 Das. Das war's. 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 Talent. Das war's.